Was sind die Nebenwirkungen einer Impfung? Eine von den gefährlichsten Nebenwirkungen der Impfung ist der anaphylaktische Schock. Das ist bei Impfungen generell und auch bei der Covid-Impfung 1 auf 1 Million. Also extrem selten. Und dazu muss man sagen, die Impfungen werden ja im Krankenhaus abgehalten oder wo Ärzte anwesend sind, die für das geschult sind. Und einen allergischen Schock kann man behandeln. Im Gegensatz zu vielen Komplikationen von Covid, was man nicht behandeln kann.